Und es ist einfach voll nett, bei so einem Networking-Arm mit anderen Locations zu reden, sich auszutauschen, wie die das machen, von denen lernen, aber auch mit anderen Dienstleistern sich zu unterhalten, die man vielleicht noch ins Boot holen kann, weil es gibt einfach wahnsinnig viele gute Dienstleister noch auf das Branche.